800 Ringe, 170 Erwählen-Kolliers, Goldschmuck, Diamantenbroschen und ungefähr 700 Rohdiamanten. Drei Millionen Bar Cash bis morgen früh. Das ist zu wenig, Abraham. Wir haben fünf Millionen ausgemacht. Da fehlen zwei Säckchen Steine und ein Diamant-Kollier. Was habt ihr damit gemacht? Provision. Provision. Wir hatten ganz klar abgemacht, dass kein einziger Diamant fehlt. Alles ist registrierte Ware. Wem habt ihr die Steine geschenkt? Fliegt so ein Stein auf, ist das eine verdammt heiße Spur. Also, hol das Zeug zurück. Gib der Brautdüte dafür gebummst, dass Bargeld. Was ist das mit dem Preis, Abraham? Das Angebot ist scheiße. Das ist weniger als ein Fünftel des Gesamtwerts. So kannst du nicht rechnen, mein Junge. Ich muss das Zeug verkaufen. Und die Ware ist heiß. Sie hat beim Bullen angeschossen. Ist das wahr? Das ließ sich nicht vermeiden. Das war dein ausgeflippter Kumpel, was ich dir immer sage. Warum arbeitest du mit solchen Leuten? Das ist meine Sache, ja? Ich gebe dir 3 Millionen. Okay. Einverstanden? Du redest mit mir wie mit einem Idioten Abraham. Wo kannst du so schnell so viel Geld verdienen? Das ist trotzdem zu wenig. Jetzt reg dich mal ab, Arzel. Ich kann die Ware nur peu à peu verkaufen. 3 Millionen ist ein außergewöhnliches Angebot. Ich hoffe, der Bulle kommt durch. Sonst ist Jagd-Saison. Und rate mal, wer dann der Hase ist. Ich könnte dir manchmal so die Schnurze pulieren, du Dreck-Sau. Du hast immer Recht. Du hast immer Recht. 3 Millionen von mir aus.